Guten Tag! Guten Tag! Haben Sie einen freien Tisch für zwei Personen? Haben Sie reserviert? Leider nicht. Ich verstehe. Bitte warten Sie einen Moment. Ich schaue nach, ob ein Tisch frei ist. Es gibt einen Tisch für zwei Personen. Kann es ein Platz am Fenster sein? Natürlich. Wunderbar, dann folgen Sie mir. Das ist Ihr Tisch. Ich werde in ein paar Minuten zurück sein. Darf ich Ihnen gleich etwas zu trinken bringen? Zwei Gläser Wasser mit Eis und Zitrone, bitte. Danke schön. Hier sind Ihre Getränke. Möchten Sie jetzt bestellen? Wir können uns nicht entscheiden. Können Sie etwas Besonderes empfehlen? Ich empfehle die Spezialität unseres Küchenchefs. Gebratene Ente mit Äpfeln und Preiselbeeren und dazu Kartoffelklöße. Gut, dann nehmen wir das. Wunderbar. Die Wartezeit beträgt etwa 20 Minuten. Vielleicht möchten Sie einen Wein aus unserem Weingut? Ein trockener Rotwein passt perfekt zu der Ente. Mein Mann fährt leider Auto, aber ich würde gerne probieren. Natürlich. Ich verstehe. Ich bin gleich wieder für Sie da. Hier ist Ihre Bestellung. Guten Appetit. Vielen Dank. Können wir gleich das Dessert bestellen? Ja. Ich empfehle Ihnen einen heißen Apfelkuchen mit Eiscreme. Klingt großartig. Was meinst du dazu, mein Lieber? Sehr gerne. Und wir möchten dazu noch zwei schwarze Kaffees. Natürlich. Hat Ihnen alles geschmeckt? Ja. Die Ente war köstlich. Danke für die Empfehlung. Ich bin sehr erfreut. Ich werde dem Koch ausrichten, dass es Ihnen geschmeckt hat. Gleich bringe ich Ihnen das Dessert. Großartig. Ich würde gerne noch wissen, wo die Toilette ist. Die Toilette befindet sich neben dem Eingang auf der linken Seite der Garderobe. Dankeschön. Bitteschön. Hier ist Ihr Dessert. Vielen Dank. Wir möchten gerne bezahlen. Natürlich. Zahlen Sie mit Karte oder Bar? Mit Karte. Ich bringe gleich die Rechnung. Großartig. Vielen Dank. Wie schmeckt es dir, mein Schatz? Für mich ist es ein bisschen zu süß. Ich stimme dir zu. Hier ist die Rechnung. Zahlen Sie kontaktlos oder mit PIN? Kontaktlos. Vielen Dank. Wir haben uns gefreut, Sie hier als Gast zu haben. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Vergiss das Trinkgeld nicht. Ja, richtig.